Musik Beim Spider-Man lege ich mich als erstes auf Doni drauf wie ein Pfandkuchen. Nun geht eine Hand unter den Kopf und meine Beine sind wie als würde der Spider-Man die Wanddruckkrabbe. Und mein Knie wird nach oben gezogen an den Po von Doni. Das Knie ist drangezogen und das andere Bein ist geschränkt. Nun halte ich Doni und er versucht rauszukommen. Beim Reiter sitze ich hier auf meinem Partner drauf wie auf einem Pferd. Nun lege ich mich ganz weit nach vorne und halte ihn fest. Beim Rucksack sitze ich hinter meinem Partner, die Füße sind eingehakt und beide Hände unter den Armen und ich kann am Anzug festhalten. Nun kann ich mein Partner kontrollieren. Okay. 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 Genau. Vielen Dank.